Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, total herzlich willkommen. Was ihr braucht, ist, dass wir unser gemeinsames Soft-Buch-Programm auch wirklich essen können. Es ist ein bisschen Platz, noch ein bisschen Ruhe, noch mal was zu trinken, das ist es auch schon. Okay? So, wenn ihr dann bereit seid, schließt eure Füße und richtet euch auf. Okay? Ganz gerade stehen und dann geht's wieder los mit mir. Ich mache immer zuerst langsam und dann steige mein Tempo, okay? Ja, liebes erst, wenn du deine Arme hoch streckst, deine Arme zur Decke. An die Innenfläche schauen jetzt zu mir. Lass deine Schultern tief. Pass auf, deine Arme nicht vor dir, sondern zieh sie neben dem Kopf und bleib ganz auf. Im Westen ziehen wir jetzt zur Seite. Zieh deinem rechten Arm, halte den linken dagegen hoch. Und dann wieder zur Decke nach oben. Und genauso dein linker Arm. Zieh tief, halte diesen Arm dagegen, ja? Eintippen, halten. Kommt wieder hoch. Ein bisschen schneller, ein bisschen tief. Zieh tief, komm wieder hoch. Zieh tief, komm wieder hoch. Gleich noch mal. Und zieh tief, dass wir dann irgendwann mit den Fingerspitzen zum Boden kommen. Bei der Arme geht's ein bisschen hin und dann schwinge den Oberkörper. Oberkörper schwingt tief. Dann kommst du wieder hoch. Reiß dir deine Arme rücken. Öffne weit. Bis du in eine gefeugte Position kommst. Rücken gerade. Halte die Position. Schultern weg von den Boden. Reiß deine letzte Schultern. Streck gleichzeitig dein letztes Bein. Richte dich aus und komm wieder tief. Genauso wie die linke Seite. Reiß die linke Schultern zurück. Streck dein linke Bein. Und komm wieder tief. Okay. Jetzt machen wir noch einmal. Ein bisschen schneller. Reiß hoch, steck das Bein. Komm tief. Öffne auf den Oberkörper. Reiß hoch. Komm tief. Noch einmal. Reiß hoch. Komm wieder tief. Letzter links. Reiß hoch. Lass die Knie voll. Lass den Oberkörper hängen. Lass auf den Kopf hängen. Okay? Schnie gewollt. Jetzt versuch deine Beine länger zu machen. Versuch deine Beine zu strecken. Bleib tief. Bleib tief. Lass den Oberkörper hängen. Okay. Beug noch einmal den Schnie. Und nochmal versuch länger. Okay. Beug deine Knie. Beug die Knie. Und jetzt hebe den Kopf. Schau zu mir. Schau zu mir. Beug die Knie. Zau auf. Okay. Bring die Arme. Hoch. Vollzeit. Wieder nach oben. Komm zwischen den Armen. Andere Seite. Komm wieder hoch. Oberkörper. Schwung. Schwung tief. Schwing hoch. Öffne rein. Lager mit den Schultern. Bleib stecken. Und wieder tief. Wechsel. Strecke das Bein. Kreise die Schultern. Komm tief. Jetzt lass den Oberkörper hängen. Schreck deine Beine. Beug wieder den Knie. Die Schultern auf. Komm voran. Komm voran. Arme. Hoch. Seit Beugen. Mitte. Seit Beugen. Komm wieder hoch. Der Oberkörperschwung. Schwung tief. Komm hoch. Kreis weit. Nach hinten. Beugen. Bis. Geraden. Knie. Beugen. Schultern. Und tief. Wechsel links. Schultern. Und tief. Lass den Oberkörper hängen. Beine strecken. Schwing wieder beugen. Tauch auf. Ein letztes Mal langsam. Komm hoch mit den Armen. Beug sein. Komm hinter. Beug sein. Ab geht rein. Komm hinter. Schwung tief. Wieder hoch. Kreise die Beine auf. Schultern. Und tief. Schultern. Kreise die Beine strecken. Und tief. Lass den Oberkörper hängen. Steck die Beine. Beug sich nie wieder. Tauch auf. Tempo. Auf. Und. Zeit. Wieder hoch. Oberkörper. Schwung. Schultern. Jetzt. Hängen. Strecken. Und auftauchen. Und hoch. Schwung. Beide auf. Gerade rücken. Schultern. Eins. Komm tief. Strecken die Beine. Beugen. Tauch auf. Ein letztes Mal. Komm hoch. Zieh seit. Hoch. Seit. Schwung. Beide auf. Und rechts. Schultern. Beine. Öffnen. Und. Hängen. Strecken. Beugen. Tauch auf. Dreimal. Wie jetzt auch. Schirken. Eins. Zwei. Drei. Wechsel zur Liebseite. Die zwei Schritte. Drei. 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 Schließ zur Mitte. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Schließ zur Mitte. Zwei. Drei. Schließ zur Mitte. Seid. Stab im zweiten Mal. Seid. Hinterkreuz. Mir den Schneck. Pass auf. In Schneck. Seid. Rücken. Seid. 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 Und Mitte. Kleiner Ball. Ja. Eben. Wechsel. Rechts. Wechsel. Rechts. Links. Schließen. Mach das weiter. Schau die Arme. Rechte Seite. Seid. Schlafen. Seid. 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 Schlafen. Und Mitte. Mit mir. Schließen. Puschtrafen. Raus. Schlafen. Schließen. Jetzt mal Puschtrafen. Seid. Schlafen. Seid. Genau. Seid. Jetzt nochmal. Arme. Seid. Wupps up. Schließen. Seid. Die letzten zwei an. Arme noch rechts. Letzter. Aufgepasst. Plieh. Tasch. Drei. Arme schon hoch. Bein rück. Wechsel. Kleiner Back. Letzter. Aufgepasst. Jetzt die Schritte. Rechtsseid. Ein Wings. Kleiner Back. Schließen. Okay. Reetouch. Drei. Hoch. Arme. Wechsel. Jetzt die Schritte. Schritte. Ein. Aber jetzt noch. Schwung. Jetzt die Schritte. Schritte. Aber jetzt noch. Schließen. Schließen. Aufgepasst. Und ganz voll. Bring die Arme hoch. Los geht's. Hoch. Seid. Beugen. Mitte. Seid. Oberkörper. Schwung. Beilauf. Gerade rück. Tief. Schulter und Bein. Jetzt hängen. Strecken. Beugen. Tafeln. Schwung. Schmied. Wechsel. Schritte. Ein. Übergang noch. Come on. Hei. Oberkörpersprung. Sknie und Schulter. Genau, jetzt hängen, hängen, strecken, beugen, tauch ab, Schwung. Schön da. Und links, gut. Okay, wir tun uns was dringend, dann kommen wir zum nächsten Teil. So, schließen wir deine Füße. Wir schwingen jetzt unser rechtes Bein. Wir schwingen zurück, Arme. Gehen zu, locker, schwingen, ja. Langsam schwingen Sie das Schwierig vor. Beim dritten Mal rück, senken wir den Oberkörper, ja. Strecken das Bein lang. Streck gleichzeitig deine Arme zur Seite. Lass deine Arme nicht hier unten, ja. Bring sie schön zur Seite. Versuch dein Standbein zu strecken. Sieht das sowieso. Halbige Position, jetzt pass auf. Standbein, gleicher Arm. Zu den Beinen, die hier stehen. Sieht das linke. Kommt hoch. Ja. Zu mir. Der andere Arm kommt über die Seite. Armkörper tief. Den hängen lassen. Armkörper tief. Wir können es ruhig ein bisschen höher ziehen. Okay. Aus dieser Position. Halbige, halbige. Wechseln wir die Arme. Über unten. Über unten wechseln wir die Arme. Okay. Jetzt ist der echte Arm hoch. Link am Körper. Sieht so ein langer aus. Und dann steigen wir. Einen großen Schritt zurück. Nimm den Arm mit. Osterkreis, ja. Nimm den Arm mit. Schließ den Turz am Ende. Okay. Liebes Bein langsam. Beim Rückschwingen, Arme kreuzen. Arme kreuzen. Dann schwinge ich vor. Arme kommen zur Seite. Beim dritten Mal. Beim Rückschwingen. Komm nicht tief in den Oberkörper. Oberschenkelbein. Einliegen. Ja. Nicht rummachen. Strecken. Und dann ziehe ich die Länge. Arme seit. Hinteres Bein. Standbein strecken. Achtung. Arme her. Ja. Du bringst sie nach unten. Du bringst es genau zur Seite. Spann Bein ab. Standbein. Bis rechts. Also komm das erste. Der rechte Arm hoch. Über die Seite. Der linke Arm körper tief. Arm körper tief. Aufpassen. Zieh den Bein zu mir. Ja. Bein zu mir. Bein. Und streck deine Arme ganz lang. Du willst vorlassen. Strecken. Der Wechsel der Arme. Geht über unten. Über unten. Wechselt meine Arme. Ja. Zieh ruhig ein bisschen höher. Und lang zu mehr. Standbein gestreckt. Hilf das Bein nach. Es kommt wieder der große Schritt. Schau euch. Ein bisschen. Ich steig weit zurück. Kreiß den oberen Arm mit. Bis ich wieder schließe. Langsam. Rechts. Schwung rück. Dann vor. Wieder Schwung rück. Komm schon tief in die Ausgangsposition. Ich streck Arme und Beine. Okay. Jetzt. Standbein. Gleiche Arm. Komm hoch. Strecken lang. Wechsel dann über unten. Mach den großen Schritt zurück. Und schließe ihn wieder nach vorne. Zu vier. Schwung rück. Arme kreisen. Vor. Komm tief. Okay. So. Ich strecke ihn lang. Ich strecke ihn lang. Ich strecke ihn lang. Standbein ist links. Heißt, der linke Arm kommt hoch. Rechts oder tief. Wir wechseln eben über unten. Geh? Dann kommt der große Schritt zurück. Und wieder schließe zur Mitte. Schwung. Rück. Vor. Wieder rück. Komm tief. Ich strecke ihn lang. Linker Arm zu mir. Hoch. Wechsel. Über unten. Großer Schritt. Schließe. Schwung links. Rück. Rück. Vor. Nehmen die Standbein Position. Zieh die Flank aus. Rechts Arm zu mir. Hoch. Wechsel. Über unten die Arme. Großer Kals zurück. rück. Schließe. Aber mal langsam. Schwung rück. Vor. Tief mit dem Oberkörper. Bein neben. Lamm strecken. Linker Arm hoch zu mir. Wechsel. Über unten. Großer Kals. Schließe. Ab. Schwung rück. Schließe. Vor. Komm tief. Streck die Flank. Rechte Arm zu mir hoch. Wechsel. Über unten. Großer Arm kreisen. Großer Schritt zurück. Los geht's. Rechts. Rück. Vor. Position. Arme seit. Alles strecken. Bein. Linker Arm zu mir. Wechsel. Über unten. Großer Kals. Bein auf. Schließe. Links. Schwung. Rück. Vor. Standwege. Strecken. Alles lang. Nächster Arm hoch. Hoch zu mir. Wechsel. Über unten. Zieh die Augen ab. Großer Kals. Reise. Letzt. Letzt. Wechsel. Vor. Kommen. Und strecken. Weg da. Wechsel. Über unten. Weg ist frei. Arm. Rück. Vor. Komm tief. Strecken. Wechsel. Rechter Arm zu mir. Rechter Arm. Strecken. Wechsel. Über unten. Großer Kals. Tempo. Los geht's. Strecken. Hopp. Über unten. Reiß. Weg ist frei. Stopp. Rechter Arm hoch. Über unten. Wechsel. Reiß. Kleiner Mann. Bein. Boah. Ruder. Schwochen. Erlieb so. Erlieb so. Erlieb so. Weg nach zu mir. Erlieb so. Erlieb so. Und schwo. Schwochen. 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 Alles von vorne. Wach hoch. Schultern. Oberkörper hängen. Hängen. Schrengen. Abkommen. Die drei. Die Etage. Wechseln. Die Schritte. Sein. Und links. Aufgepasst. Wir stimmen das rechte Bein. Wir sollten vor. Linker. Liebes Bein schrug. Rechts nach oben. Wechsel nach oben. Achtung vor. Und. Komm hoch. Jetzt der Kreis Schultern. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Hängen. Beine stecken. Und der Bein. Jetzt auch da. Die Etage. Wechsel. Bein neben. Schrengen. Seite. Achtung. Schrengen. Linker hoch. Wechsel nach oben. Große Kreis. Links bei. Schrengen. Rechts nach oben. Du noch besser. Reis. Schließen. Gut. Rieken. Okay. Gut. Pass auf. Hier wieder. Hier wieder. Lieher touch. Hier wieder. Schick ihn her. Gerne. Jetzt geht man doppelt. Double touch. Statt dem touch hin und das gleich seit. 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 Wir kommen wieder zum Lieher touch. Lieher touch. Geh doppelt. Okay. Lieher touch. Doppelt. Lieher touch. Einmal. Zweimal, einmal doppelt. Gleich nochmals. Lieher touch. Geh doppelt. Bein seit. Lieher touch. Geh doppelt. Aufgepasst. Schwung, Schwung. Kleiner Kreis. Zieh den Außenarm. Schwung, Schwung. Kleiner Kreis. Zieh. Einmal. Schwung, Schwung. Kleiner Kreis. Zieh. Einmal. Schwung hin. Her. Kleiner Kreis. Zieh. Einmal. Letztes. Zweimal. Aufgepasst. Letzter. So, wir bauen eine Balance ein. In der Kreis. Balance. Bauch. Beine auf. Ja. Arme auf. Aufgepasst. Komm zwischen den Augen. Schultern tief. Okay. Streck die Beine lang. Streck die Arme lang. Und wieder zu schließen. Schwingen wir tief. Arme rein. Jump schließen. Okay. Balance. Schwung rein. Schließen. Aber auf die Kreischen. Balance. Ein. Schwung. Bisschen schneller. Komm hoch. Ein. Schwung. Einmal noch. Ab. Komm hoch. Schwung. Letzter. Zwei. Komm hoch. Schwung. Letzter. Ab. Blie. Touch. Und pass ab. Blie. Touch. Schwung. Doppelt. Und jetzt die Balance. Komm hoch. Linke Seite. Schwingen. Doppelt. Bein eben. Komm hoch. Schwung. Nachwärm. Schwung. Doppelt. Zack. Nach oben. Schwung. Links. Bein geben. Ausnahme. Wunderbar. Arme geht's noch. Ab. Zieh. Ab. Links. Ab. 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 Lern und Handen auf. Ja. Bleib mit der Hüfte in der Mitte. Streck deine Arme lang zur Seite. Und jetzt beug den Oberkörper. Komm tief. So. Geh jetzt nur so tief, dass ihr dann hier das Boi strecken könnt, ohne dass ihr euch drüben macht. Ja. Öffne wirklich weit. Öffne wei. Ihr könnt auch hier bleiben, ok. Nur so weit es gehen mehr kann. Mit Tiefabend Boden. Ok. streck das Bein, streck es lang, halte die Position, bleib mit diesem Arm ganz lang, so, wir halten noch ein bisschen, dann beugen wir wieder das Knie, gleichzeitig verlösen wir das Gewicht vom linken Fuß, beugen das Knie, zieh dich ran, bei dir kommt die seitliche Standwagen, streck dein Bein, und schau zu mir, schau nicht nach unten und echt ab, sondern bleib auf, dann muss man rollen, ok, und nimm den Kopf mit, ganz lang Fuß auswärts, Bein senken, dann steige ich die Zunge, für die andere Seite, links, der große Schritt, ja, weit zur Seite, hier gestreckt, hier gewollt, Fußspitze nach außen, Fußspitze nach vorne, Arme weiter auf zur Seite, Achtung, dieser Schritt bleibt in der Mitte, Arme ganz lang, aus dieser Position, kommen wir mal wieder tief, hier geht es nur so tief, dass ihr hier den Zaun folgt, ja, Bein Augen machen, halte die Position, wie gesagt, ihr könnt jetzt nach oben bleiben, ja, und jetzt streckt man wieder das Bein, streckt wieder ab, halten, Dehnung, gut, so, und jetzt kurz ausprobieren, ja, aufpassen, öffnen, wir erkannt ihn ganz tief, hier unten bist, ja, so, wenn wir jetzt wieder das Knie beugen, komme ich von meinem rechten Fuß mit dem Gewicht weg, ja, und slide schon langsam in die Seiten, die Standwagen, ich freue mich nicht, zieh mich schon ein bisschen aus, für die Standwagen, schau zu mir, ja, zieh die Arme lang, in die Oberkörper mit, und sind, eben, komm zurück zur Seite, und schließ deine Füße, achten jetzt bei der seitlichen Standwagen immer darauf, dass ihr nicht die Hüfte rein geht, sonst haben wir die Borde, und die haben wir da schon, ja, also A, Bewegung, Bein aufpassen, öffnen, okay, und flieg zu mir, alles klar, so, wenn wir langsam, schließ deine Füße, und dann schlägt rechts zur Seite, los geht's, zwei Mal, schlägt weiter zur Seite, jetzt, komm tief, schlägt wieder das Bein, wieder Beut, Gewicht verlagern, und jetzt, zieh raus, in die Standwagen, Bein senken, noch mal, senkenkopf nachher noch einmal, ja, schließt zu und zur Mitte, genauso links, großer Schritt, Bein auf, Arme lang, beugt sein, bleib wieder links mehr, strecken sein Bein, strecken, und, wieder beugen, Wicht schon rüber verlagern, und jetzt, eben, rausziehen, Bein, Arme lang, Bein, senken, geben, dauernd, senken, geben, steig zurück zur Mitte, Fesestillen, großer Schritt, und, Bein laufen, seit Bein, strecken das Bein, Bein, Wicht verlagern, und, rausziehen, rausziehen, jetzt, noch einmal, senken, geben, schön zurück zur Mitte, genau, fliegt, auf, Bein auf, komm tief, Bein strecken, Bein verlagern, Bein heben, senken, fliegt, gegen, zur Mitte zu, noch einmal, langsam, und, steig, zerstrecken, nicht verlagern, rausziehen, senken, Bein heben, links, langsam, und, und, wir kommen, strecken, heben, senken, Bein verlagern, und, bein auf, seit neun, strecken, strecken, lang, und, jetzt, hebt das Bein, und, jetzt, hebt das Bein, und, jetzt, hebt das Bein, zu Ende, räum However, zum Neumin, drehen, bein, wem nicht, vorher tun experiência, Und wieder geht's. 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 Komm hoch. Komm tief. Schulter kreis. Beine stecken. Und hängen. Beine strecken. Die drei. Und rück mit dem Schwung. Hoch. Die Schritte. Rechtsseite. Und links. Wir schwiegen. Es ist der Bein rück. Standlage. Strecken da. Gegenarm zu dir. Über unten. Großen Kreis. Linkes Bein. Sturm. Und. Linker Arm. Tief. Wechsel. Wir tanzen. Doppelt. Verlust. Schwung links. Caput touch. Einseit. Verlust. Großer Schritt. Rechts zur Seite. Links. Arme noch gut vorne. Los geht's. Komm hoch. Große Kreis. Weine auf. Rücken tief. Arm. Hoch. Tief. Vorhine. Hängen lassen. Beine strecken. Auflaufen. Und drauf. Wechsel. Schritt seit. Links. Bein. Rechts. Bein. Schwung. Rück. Zurück. Standlage. Leger Arm zu mir. Wechseln. Schwung links. Rechseln. Rechts Arm zu mir. Über unten. Wechseln. Arme. Leger Arm. Schwung. Mit dem Doppel. Doppel. Bein zeigen. Annelas. G Хорошо. Tros. 锋. Leger Arm. Leger Arm. Und ihr könnt wieder was trinken, bevor wir zum nächsten Teil kommen. Gut. Seid ihr da? Ihr wisst ihr, wie es auf Stützgeschichte ist auch immer drinnen. Und kommen wir jetzt in die Hacke. In die Hacke. Und ihr wisst schon, wie eine Linie Stützposition. Okay, jetzt nehme ich ein bisschen Seite kurz. Öffne deinen resten Arm in den Seidstütz. Schieb das Teig in die Beute im Stief. Streck die Beine wieder. Und komm in die Mitte zurück. Genauso öffnen wir jetzt den linken Arm. Das ist der linken Arm. Okay. Schieb das nicht. Komm wieder zurück. Und in die Mitte ziehen. 28 Stück. Dass ihr eine Linie habt. Okay. Wir machen das ein bisschen flotter. Rechts auf. Rechts auf. Auf. Beugen. Strecken. Mitte. Auf. Beugen. Strecken. Gleich einmal. Auf. In die Mitte. In die Mitte. Zwei noch. Und. Warte auf. Beugen. Strecken. Mittellester. Auf. Machst du was. Leg deine Knie ab. Bring deine Knie tief auf den Boden. Aber. Bleib hier. Okay. Und jetzt kommen wir in die Wachlage. Beug deine Unterarme. Beug deine Unterarme. Beug deine Unterarme. Okay. Bisschen schneller. Und. Stehst tief. Und tief. Alles klar. So. Jetzt pass auf. Schlag dein rechtes Bein ein. Über das linke drüber. Komm hoch. Bein einschlagen. Ablegen. Wieder zu. Zur Mitte. Wechsel links. Hier eingeschlafen. Schau aber nach vorne. Komm wieder zur Mitte zurück. Bisschen schneller. Und. Hoch. Tief. Hoch. Tief. 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 Gern nochmal. Tief noch. 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 Okay. Bring den Oberkörper hoch. Stütz dich hoch. Lass die Schultern weg von den Ohren. Das könnt ihr auch gebeugt bleiben. Oder ein bisschen nach außen stützen. Schultern tief. Aus dieser Position. Hände bleiben. Aus dieser Position. Schiebe dich nicht zurück. Gesäß zur Decke. Stell deine Füße hinten ab. Weil in dieser Position. Hebe jetzt die Knie ganz leicht weg vom Boden. Knie weg vom Boden. Gerade ein bisschen weg vom Boden. Schiebe nach vorne in die Stützposition. Komm nochmal tief. Wir stützen uns. Hoch. Schiebe dann zurück. Schiebe weg vom Boden. Schiebe in den Stütz. Nach vorne. Komm nochmal nach unten. Ja. Es kommt nachher nur einmal. Das ist nur ein Übergang. Okay. Drück den Oberkörper hoch. Schiebe nach hinten. Jetzt die Knie. Schiebe in den Stütz. Wir machen das einmal ein bisschen schneller. Los geht's. Und. Drück dich hoch. Rück. Jetzt die Knie. Schiebe vor. Komm tief. Einmal machen wir noch. Los geht's. Und. Drück dich hoch. Schiebe rück. Schiebe weg. Schiebe weg. Stütz. Bleib mit dem Stütz. Jetzt dein linkes Knie. Einmal außen. Dann innen. Jetzt drück hoch zur Decke. Liebes Bein. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Weit hoch. Und komm wieder innen. Stütz. Genau so das linke Knie. Arme. Außen. Dann innen. Drück dich hoch. Halbe. Halbe. Bisschen. Schiebe ganz nah. Arme. Und. Komm wieder innen. Stütz. Ein bisschen schneller. Echt. Knie. Außen. Innen. Innen. Hoch. Komm tief. Flach. Links. Außen. Innen. Noch hoch. Schneller. Rechts. Außen. Innen. Hoch. Stütz. Links. Außen. Innen. Hoch. Hoch. Denkst du dir von nachher. Jetzt ist die Bewegung ziehen. Hoch. Mal links. Letzter. Spring in die Hocke. Hocke. Bring deine Arme zur Seite. Hocke. Habt ihr euch merkt? Wir gehen nochmal durch. Komm. Hocke. Stütz. Hocke. Und in den Stütz. Hocke. Machen wir nachher schneller. Das Öffnen in den Seitstütz. Rechtsarm. Los geht's. Erstmal. Auf. Beugen. Strecken. Mitte. Lebs. Auf. Beugen. Strecken. Mitte. Knie. Ablegen. Arme beugen. Und tief legen. Rechts Bein. Einschlag. Links. Noch einmal. Letzten. Zwei. Jetzt den Oberkörper hochstützen. Stütz hoch. Rück. Knie weg vom Boden. Innen. Stütz. Und jetzt kommst du das mit dem Knie. Rechtes Knie. Außen. Innen. Hoch. Links. Außen. Innen. Hoch. Nochmal. Arm links. Spring in die Hocke. Jump. Arme zur Seite. Und komm hoch. Hände sind richtig gut zusammen. Hocke stütz. Los geht's. Hocke. Seit stütz. Hecht auf. Auf. Beugen. Strecken. Links. Und komm tief rechts beim Einschlagen. Arme links. Jetzt rück den Oberkörper hoch. Rücken hoch. Schiebe rück. 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 So auf die Seite. Wir machen jetzt in eine Durk. Einmal Durkgänge. Jetzt wird er gerade Pause machen müssen. Schließ deine Füße. Steh. Richte uns auch ganz auf. Und steh jetzt weiter, bevor es losgeht. Vier. Drei. Zwei. Komm hoch mit den Atmen. Oberkörperschwung. Bein auf den Kran rücken. Schulterkreis. Oberkörper hängen lassen. Beine strecken. Und nach oben. Vier. Streck vor. Bein hoch. Links. Schnell Zeit. Und aus links. Auch umpassen. Wir kommen wieder zum Beinschuh. Beinschuh rücken. Lieber hoch. Hüber hoch. Verwechseln. Beinschuh rücken. Abseits. Gehen hoch. Wechseln. Vier. Touch hoch. Mit dem Double Touch. Kleiner Kreis. Beinschuh rücken. Balancen. Links. Aufgepasst. Großer Schritt. Bein auf. Beinschuh rücken. Bein schrecken. Bein. Bein nicht verlagern. Seine Standlage senken. Eben. Ohr nach links. Und die Hocke mit dem Liegestütz. Los geht's. Ab. Hocke. Stütz. Öffnen. Bein nach unten. Bein einschlagen. Rechts. Mitte. Links. Oberkampf hoch. Stütz. Stütz hoch. Stütz hoch. Schieb durch. Stütz weg vom Boden. Eben. Stütz rechts. Schieb. Außen. Hinten. Hoch. Links. Außen. Rücken. Hinten. Hoch. Hocke. Auge mit dem Stütz. Los geht's. Hocke. Dörf der Seite. Stütz. Bis zum einen. Bleib. Gle physically anhand. Eben. Und nach unten. Die Bauchlage. Bein einstarten. Rechts. Mafke mit dem... Oberkampf hoch. Stütz hoch. Stütz hoch. Schieb durch den Knie weg vom Boden vor. Komm geworden. Stütz rechts, Knie. Aus. Innen-Hin. Links. Hocke. Aufgepasst. Arme seitlich. Alles von vorne. Los geht's. Stumm. Und die Schulter. Und links. Oberkörper hängen lassen. Beine seitlich. Beine auf. Strecken seitlich. Links. Beinschwung. Drücken. Go! Streck alles lang. Linker Arm hoch. Wechseln wir unten. Links Beinschwung. Strecken Arme seitlich. Rechts hoch. Wechseln wir unten. Liedtatsch. Mit dem Doppeltatsch. Balancen. Links. Okay. Großer Schritt zur Seite. Beide auf. Links. So. Erste Zeit. Und werfen. Stütz. Auf. Öffnen. Seitstürzen. Auf. Beugen. Streckt. Links öffnen. Schnee ablegen. Und unterkommen. Beineinstatt. Oberkörper hochgestützen. Schiebe zurück. Schiebe vom Boden. Rechtsknie. Ausneben. Außen. Innen. Auf. Links. Innen. Vor. Hauke. Noch ein. Von kleinig. Bekenswinniger. Verkönster smärgenies. Hänge. Bandschleife. Und rüber. Schiebe. Live! Schnellt! Schnellt sich. Vier sind! 1. 2. 3. Streckt. Saft. 3. 3. 5. 8. 8. 10. 10. 10. 11. Hose schützern. 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 Hinten. Links. Und hopp. So, wir kommen zum letzten Durchgang. Los geht's. Ein. Auf der anderen Seite. Legs. Bandschlein. Link auf. Fingerspanschlein. Begdammel. Legdachlein. Legs. Legs. Bandschlein. Abgekommen. Legs den Freistritt. Kie abgeben. Gase abgeben. Abgekommen. Die Wendungboden. Shibuaki ausdehnen. Gange hoch. 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 Und aus. Ich bedanke mich für euch, den Film zu machen. Einen Applaus von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Was auch immer. Hören wir nach Ihnen. Wenn jetzt. Ihr wisst. Wenn jetzt weiter. Bleibt dran. Ähm. Bleibt motiviert. Ich freue mich immer, wenn wir jetzt bald wiedersehen. Bis gleich. Alles Gute. Viele Grüße. Eure Susi. Danke. Ciao.